Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shadow of the Colossus. Oh, das fängt ja schon hier wieder richtig super an hier. Ja, ich musste die letzte Folge echt an der blöden Stelle beenden, aber ich glaube, ich habe jetzt so den Dreh raus, wie ich diesen Colossus erledige. Ich hatte jetzt auch dort abgespeichert, aber mir war dann schon klar, dass ich dann jetzt dort an der Stelle, wo ich abgespeichert habe, dass ich dort jetzt nicht weiterspielen kann, sondern das Ganze vermutlich nochmal von vorne angehen kann. Aber wie gesagt, das habe ich mir schon fast so gedacht, dass dem so passiert. So, ich habe ja mit meiner Theorie nicht so ganz falsch gelegen, nur weiß ich halt nicht, wie ich diesen Colossus steuern kann, damit er mit mir dorthin geht, wo ich hin möchte. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist oder ob ich da wirklich halt so lange auf dem draufbleiben muss, bis er zufällig dort entlangläuft. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich hier wieder komplett von vorne anfangen, aber das macht nichts. Vielleicht bekomme ich das ja hin und schaffe es, den Down zu bekommen, bevor er mir da hinten oder bevor er mir eine Hütte davon abreißt. Ja. Ja. Meine Lieben, das ist echt sehr blöd gelaufen in der letzten Folge. Ich hoffe, dass mir das hier jetzt besser gelingt. Moment. Moment, es wäre doch eigentlich... Ne, das ist schon okay. So. Hier kommt er jetzt, ne? Ich werde das hier jetzt mal überspringen. So. Und hier vorne ist er dann auch schon. So. Und ich möchte ja nach hinten. So. Man konnte doch auch tauchen. Ich weiß nur nicht mehr, was ich da drücken muss. Ah, natürlich. Die... Ja. Die Tasse zum Festhalten. Genau. Aha. So. Okay. Hauptsache, ich bin hier hinten. Oh, ne. Jetzt lässt er mich hier nicht durch. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber jetzt dreht er sich natürlich. Das ist so ätzend. Ich bin da. Ich bin da. Das ist alles, was ich wollte. Das ist alles, was ich wollte. Hier. Ich bin hier. Ich bin da. Festhalten. Genau. Gut. Festhalten hier. So. Ich glaube, dann können wir jetzt loslassen. So. Genau. So, genau. Steuer du da jetzt mal hin. Oh, oh. Halt dich fest. Oh, Gott. Ich wäre fast runtergefallen. Ah, nur weil ich jetzt ein bisschen, in Anführungszeichen, schneller sein wollte. So, okay. So, dann mal nach vorne. Oh, festhalten. Nee. Oh, ich wollte eigentlich nicht, dass du jetzt... Nein. Da. So hier in die Richtung mehr. Vielleicht geht das gar nicht. Ah, ja. Okay. 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 So, genau. Komm. Genau. Hier. Oh. Halt dich fest. Jetzt dreht er sich da weg. Nee, du sollst dich da nicht wegdrehen. Genau. Genau. Mach hier noch ein bisschen was. So, und jetzt kann ich von hier auf hin... Oh, verdammt. Nee, ich trau mich nicht. So, jetzt. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Es hat funktioniert. So. Wie war das jetzt nochmal? Dann bleibe ich jetzt erstmal hier stehen. So, und... Ich glaube, ich habe seine Aufmerksamkeit gar nicht. Das ist kein Thema. Die hole ich mir dann jetzt. Hoch. Oh, oh. Schnell weg. So, und dann zum Schwert rüber wechseln. Und dann muss ich mich beeilen. So, ich glaube, jetzt ist es soweit, oder? Nee, noch nicht ganz. Hä? Warum macht er das denn jetzt nicht? Ich habe seine Aufmerksamkeit nicht. Ich dachte, ich hätte sie. Hey. Du Vollidiot. Hier. Ich bin hier. Hey. Ja, genau. Ich bin hier. So, und dann stelle ich mich jetzt nochmal hier hin. Nicht, dass er jetzt meint, er müsste absischen. So, ich glaube, jetzt macht das. Jetzt macht das. Ganz genau. So, Moment. Kamera. Wow, wow, wow. Okay, runter, 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 runter. So, und? Einmal. Sehr schön. Noch ein zweites Mal. Komm. Da geht noch. Komm, nochmal, 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 nochmal. Sehr schön. Verdammt. Oh man, das hat ja jetzt schon viel besser geklappt als in der letzten Folge, ne? Schon um einiges besser. So, jetzt muss ich nochmal da auf den Drauf. Und nochmal hoffen, dass mir das jetzt nochmal so gut gelingt wie eben. Ja. So, oh shit. Ja, das war klar, dass ich da jetzt was abbekomme. So, komm, schwimm. Ne, wir müssen nicht tauchen. Einfach nur schwimmen. Aber ich glaub, der trifft uns nochmal. Ne. Ne, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Danke. Jetzt bewegt er sich hier nochmal mit uns mit. Das kann wieder ewig dauern, bis ich auf dem Drauf bin. So. Komm, spring einfach mal hier drauf. Ne, das ist, das hat nicht ausgereicht. Verdammt. Oh man, bleib doch einfach mal still stehen. Danke. Danke. Komm ich hier nicht hoch. Warum nicht? So, danke. Festhalten. Bevor wir jetzt gleich wieder unten sind. Das wäre nicht so toll. So, wir können loslassen. So, schnell, 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 schnell. Zack, festhalten. Okay. Okay. So, noch einmal. Ich muss dem, glaub ich, nur noch einmal so das Schwert reinstecken, Leute. Und dann haben wir's. Dann haben wir's. So, ich muss dich jetzt irgendwie dazu bringen, dass du jetzt nur dahin steuerst, wo ich dich gern hätte. So, such dir ein Gebäude aus, hier irgendeins. Such dir eins aus. Ist mir egal welches. So. So. Ich bring mal hier so rum. Genau, genau, das ist schön. Genau, immer schön in diese Richtung. Du machst das richtig toll. Oh, nee, jetzt dreht er sich, glaub ich. Nee, nicht drehen. Warte, vielleicht muss ich einfach mehr in die Richtung. Nee, das bringt auch nichts. Nee, du sollst mehr nach da. Ah, ja, hier, mehr nach rechts, bitte. Oh, das darf nicht wahr sein. Oh, ja, jetzt dreht er sich komplett um, ne? Ganz toll. Nee, hier wollte ich mit dir nicht hin. Oder ich muss dann vielleicht nicht vom Kopf, sondern von hier Anlauf nehmen und dann da drauf springen. Aber das hab ich ja in der letzten Folge, glaub ich, schon probiert. Nee, das muss bestimmt noch mal so funktionieren. Ich muss halt nur warten. Genau, ich werd jetzt einfach mal warten. So seht ihr, weil der läuft ja irgendwie so an jedes Gebäude. Wenn man das Gebäude nennen kann. Das kann man eigentlich gar nicht Gebäude nennen. Wie nennt man sowas? Oh, wisst ihr, was ich hasse? Wenn man bei WhatsApp immer Sprachnotizen schicken muss. Ich komm jetzt grad da drauf, weil ich auf ne Nachricht warte und dann wird mir ne Sprachnotiz geschickt. Dass man einfach nicht normal schreiben kann, ich versteh das nicht. Besonders, wenn die Person dann weiß, dass ich am Aufnehmen bin. Hallo. Ja, genau. So, ja, ja, ja. Komm schon. Nee, du musst noch ein bisschen näher ran. Ich muss loslassen. Ja, das hier sieht gut aus, das hier sieht gut aus. Verdammt. Ich wollte gerade springen. Ich wollte, verdammt, ich wollte wieder springen. Ach, nee. Ach, weil du dich so blöd bewegt hast. Okay. Hier können wir es ja nochmal probieren. Komm. Ja, 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 ja. Oh, nicht so viel zappeln, bitte. Okay. Verdammt, nein. Ach, bist du doof? Warum springst du nicht? Ach, Mann. Leck mich doch. Ach, Mann, jetzt kann ich hier wieder Stunden warten, bis ich da rankomme, verdammt. Ach, Mann, du hättest doch einfach nur springen müssen. Ach, Mann, du bist so unheimlich selten dumm, ey. Oh, regt der mich gerade auf. Ach, Mensch, ey. Jetzt kann ich hier wieder warten und warten und warten. Moment, ich warte jetzt mal ab. Vielleicht habe ich ja Glück und er dreht sich ja jetzt nochmal um. Und ich kann hier drauf springen. Ansonsten werde ich euch dann rausschneiden und euch dann nochmal mit hinzunehmen, bis es mir dann endlich gelungen ist. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Komm, dreh dich nochmal ein bisschen. So, genau. Ja, das sieht doch gut aus. So, du musst jetzt nur ein bisschen mehr nach links. Und beweg deinen blöden Kopf nicht so. Warum muss man mir das Leben unnötig schwer machen? Genau, ich halte mich jetzt mal nicht mehr fest. Halte dich bloß fest. Nee, ich komme von so hier nicht drauf. Das ist unmöglich, so weit springt der nicht. Er kann ja nicht mal gerade stehen bleiben. Okay, das bringt nichts. Ich, ähm, ich nehme euch nochmal mit hinzu, bis ich in der Nähe bin. Jetzt, jetzt, komm, spring, spring. Ja, Gott sei Dank. Endlich, meine Güte. Nach zehn Minuten. Bleib hier stehen. So, jetzt nur noch einen Schlag und dann ist hier fertig. Achso, ich glaube, er hat meine Aufmerksamkeit. Ah doch, er kommt jetzt hoch. Ja, super, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. So, und halt dich fest. Festhalten und rein damit. Komm, 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 komm. Ja. Hä? Ist das jetzt dein Scheißernst? So, okay, noch einmal. Komm, nein, 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 nein. Och, nee, der hat nur noch so ein kleines Stück. Och, nee, jetzt macht er das hier auch kaputt, oder? Bestimmt. Nee, er macht es nicht kaputt, dieses Gebäude. Oh, das ist ja schön. Immerhin. Ach Gott, sonst wird das ja noch mal ewig dauern. So, komm. Och, Mann. Ich nehme euch noch mal mit hinzu, Leute. Bis ich in der Nähe eines Gebäudes bin. Okay, 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 cool. Nein, nein, ach, Mann. Fast hätte es funktioniert. Komm, bitte, bitte, bitte. Ach, das darf nicht wahr sein. Echt. Nein, 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 nein. Nein. Och, nein. Och, Mann, was ist das hier für ein... ... ey. Och, leck mich doch einfach. Ich hasse das hier. Ich hasse das hier. Ich möchte hier weg. Ich möchte den hier nicht bekämpfen. Och, Mann. Wie kann man so ätzend sein? Okay, 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 okay. Nein, nein. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Komm. Oh, jetzt dreht er sich... Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. Och, Mann, ey. Okay, jetzt, 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 jetzt. Komm, 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 komm. Jawohl. So. Endlich. Endlich. So, komm her. Komm her, damit ich dich endlich fertig machen kann. Du dreckiges, ekelhafte Wesen, was du bist. Ja, komm hoch. So. Und dann wollen wir mal... Oh, ich sehe nichts. Oh, das wäre jetzt noch ein Ding gewesen. Das wäre jetzt echt noch der Supergaul. So, okay. Und rein damit. Zack. Du hast es verdient, du ekelhafte Pottau. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Achso, nee, das lohnt sich, glaube ich, gar nicht, dass ich mich jetzt bewege, ne? Weil hier, genau, ich sehe es... Ja. Wie immer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, super. Ich bin hier jetzt 40 Minuten am Aufnehmen. Mal gespannt, wie viel von diesen 40 Minuten übrig bleibt. Oh, wir sind woanders. Was ist denn jetzt hier los? Hier sind noch andere. Ich bin nicht mehr alleine. Und da halten die sich jetzt auch? Wer seid ihr? Die Reiter der Apokalypse? Und zack. Kolossus 12 erledigt. Zack. Gott sei Dank, das ist der schlimmste gewesen von allen bisher. Obwohl der Wurm auch echt ätzend war. Ich kann mich bewegen. Achso, nee, ich bekomme ja erstmal nochmal den nächsten Hinweis. Endlose Wüste. Okay, die endlose Wüste. Ich webe am Himmel, ihr seid nicht allein. Das ist ja interesting. Immer, jedes Mal, wenn ich meinen Bogen raushole, fliegen die weg. Ich würde gerne mal so eine Taube abschießen. Der kommt schon. Ah, das ist Agro. Ich höre den schon. Nee, funktioniert nicht. So, okay, auf jeden Fall Schwert. Das Schwert rausholen. Aha. Wir müssen in die Richtung. Alles klar. Das dürfte kein Problem sein. Ich möchte die Karte noch öffnen. Boah, wisst ihr noch, wie nackt oder wie leer diese Karte hier gewesen ist? Okay. Die Wüste da. Da ist doch eine Wüste, ne? Bei dem Tempel, in dem ich mal gewesen bin in der zweiten Folge, weil ich ja eigentlich von unten nach oben mich hinarbeiten wollte, ne? Hat ja gut funktioniert. Okay. Agro. Ich brauche dich. Wo ist er? Ah ja, super, wunderbar. Ihr seid nicht allein. So, Moment, wenn ich das in der Szene richtig gesehen habe. Ja, guck mal. Alles klar. Wahrscheinlich, wenn wir die 16 erledigt haben, dann sind die 16, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, Portale oder was. Und dann kommt hier noch so ein Riesenvieh oder so. Könnte ich mir noch vorstellen. Ähm, genau. Wir, ähm, treten mal unser Pferd so ein paar Male. Das ist gar kein Thema. So, Schwert. In diese Richtung müssen wir. Wunderbar. Das bekommen wir hin. Ja, denn an diesem Tempel, da ist ja auch Wüste gewesen, ne? Oder da ist die Wüste gewesen. Oder sie ist ja immer noch. Sie ist ja noch da, ne? Also, da ist Wüste. So rum. Ich muss jetzt aber nirgends hochklettern, ne? Ich glaube, ich konnte hier einfach entlang. Genau, hier sind doch eben die anderen Reiter gewesen. Wer auch immer die waren. Komm, achso, ich muss hier nochmal treten. Okay. Sich gegen die campen. Helfen die mir? Oder was ist hier los? Ich würde es gern wissen. Ja, wir müssen immer nochmal ein paar Male zutreten. Ich weiß nicht. Achso, weil wir im Wald sind. Vielleicht ist das deswegen ein bisschen langsam. Ich laufe jetzt mal hier lang. Ob das richtig ist, sehen wir gleich. Mir wäre es eigentlich schöner, wenn du jetzt ein bisschen schneller laufen würdest. Ich muss die Karte öffnen. Nee, das ist richtig. Hier wollte ich hin. So. So, jetzt wird hier auch schneller geritten. So soll das sein. Ähm. Ja, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. So, hier hin. Okay. Ja, aber komme ich da nicht hin, wenn ich hier durchlaufe? Komm schon, Agro. Mach mich nicht Agro. So, dann bin ich doch jetzt. Ja. So, und da vorne ist der andere Tempel gewesen, ne? Wo wir ja schon mal drin waren. Ganz genau. So, ähm. Da müssen wir aber jetzt logischerweise nicht hin. Sondern wir müssen mehr in die andere Richtung. Okay, das dürfte kein Thema sein. Also, das hier habe ich ja schnell gefunden. Ne? Oh, schaut mal. Mein Pferd kann springen. Ich breche ab. Mein Pferd ist gesprungen. Oh, bitte jetzt aber nicht nochmal so ein Sand. Och, so ein Sandmonster. So ein, ähm. So ein Wurm. Das muss nicht sein. Ich möchte nicht gegen einen Sandwurm kämpfen. Wo ich hier nochmal ewig erraten muss, wie ich den Down bekomme. Okay. Kann man hier auch irgendwo beten? Bestimmt. Kann man hier irgendwo beten. Okay, Moment. Moment. Oh. Hier kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr den richtigen Weg angezeigt. Mit meinem Schwert. Ist natürlich nicht so toll. Ich muss mal gleich absteigen. Auf dem Pferd ist das immer so ein bisschen blöd. So. Probieren wir das Ganze mal anders. Ach so. Ich muss den anderen Weg entlang laufen. Na super, ganz toll. Ich bin auf dem Holzweg. So, hier nochmal drauf. So, in die Richtung. Ne? Ja, hier geht's auseinander. Ja. Ich. Ja. Hier müssen wir lang. Gut, ich geb mir Mühe. Aha. Das hier sieht doch aus, als könnte ich hier beten. Ne. Kann ich nicht. Okay. Ach so. Okay. Ja, auch gut. Ach, es ist ein Wurm. Ach. What the. Ähm. Ja. Ne schöne Schnauze hat er gehabt. Ja. Und wo ist er? Ach, der fliegt da oben rum. Ja. Und was soll ich da jetzt machen? Kann ich hier irgendwie hochklettern? Das muss funktionieren. Ähm. Ach, der stolpert hier wieder so. Oh, da krieg ich Aggressionen. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Wo ist der denn jetzt hingeflogen? Ah, der ist weg. Er hat keinen Bock mehr. Oder wie? Äh. Ach, da ist er. Der entfliegt da. Ähm. Ja. Und jetzt? Was soll ich da jetzt machen? Was legt der nochmal hier hin? Moment, ich hol mal meinen Pfeil und Bogen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht da unten was abschießen muss von ihm. Oh, ich hab ihn getroffen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht muss ich ihn irgendwie zum Abstützen bringen. Ähm. Moment. Wechsel mal zum Schwert rüber. Aggro. Perfekt. Du musst mal hier mitkommen. Warte, ich konnte doch auch... Ne? Vielleicht muss ich das auch wieder so machen. Ist gar nicht so einfach. Moment. Hier rum. Wir sind zwar schneller. Ähm. So rum. Falsche Taste. Oh. Oh ne. Das ist mir zu viel hier alles wieder. Oh, stopp, stopp. Langsam. Ne, ich muss irgendwie auf den drauf. Aber wie? Kann ich da in diesen Felsen hoch? Denn ich sehe ja, dass er hier die ganze Zeit umherfliegt. Na? Kann ich hier irgendwie hier hoch? Und dann auch mit diesem S, ne? Mir eben schon aufgefallen, als wir hier so vorbeigeritten sind. So, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie hoch kann. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht von hier oben irgendwo auf den drauf springe. Auf den drauf springen soll, muss. Das hier sieht doch gut aus. So. Warum hältst du dich ständig da fest? Oh. Also manchmal. Nö. Ja, auch so zu schön. So. Dann probieren wir das mal von hier. Ja, komm schon. Seine Augen sind auch blau. Warum sind die nicht rot? Hey, ich bin hier. Hey. Jetzt. Jetzt sind sie rot. Deine Augen sind rot. Ich hab's gesehen. Die sind rot. Ich wusste doch, ich muss vielleicht die Beutel abschließen. Oh Mann, jetzt fliegt er nochmal weg. Okay. Dann kann ich ja hier nochmal probieren, hier irgendwie hochzukommen. Sieht schlecht aus. Was war das? Ich hab irgendwas cooles gemacht. Hat aber nicht lange angehalten. Sag mal, wie schnell fliegst du denn? Okay, soll mir recht sein. Okay. Warte, der hat da hinten noch so ein Beutelchen hängen, oder? Okay. Hey, stehen bleiben. Also muss ich die Beutelchen abschießen. Agro. Komm her. Ich brauch dich. So, stehen bleiben. Ja, okay. Bin einfach nur zu dumm. Verzeihung. So, wo ist der? Los. Go and get him. So. Er fliegt aber jetzt schon tiefer, ne? So, Moment. Oh, verdammt. Agro, wir müssen mehr in die Richtung hier. Ah ja, super. Ich bin zu doof. Ich kann das nicht. Ich kann mit dem Pferd nicht lenken und noch zielen und schießen. Und so. Na, los. Oh, oh. Ähm. Okay, vielleicht hier vorne. Weil er die so schützt mit seinen Flügeln. Klettert dort, wo der Koloss und die Erde verbunden ist. Okay. Ja. Okay. Glettert. Alles klar. Wenn ich da denn mal hinkommen würde, würde ich das tun. So, kommst du jetzt nochmal zurück? So, in meine Richtung. Sehr schön, das sieht auch gut aus. So, dann werde ich dir hier den Weg abkürzen. Oh, ich dachte schon, die Flügel sind weg. Ne, das wird nichts. Ich brauche mein Pferd. Der ist zu lahmarschig. So, komm drauf. Komm. Ich habe nicht ewig Zeit. So. Moment, wir bleiben hier. Sag mir nicht, ich muss direkt vom Pferd aus da drauf springen. Ja. Ja, festhalten. Nein, nein, nein. Festhalten. Was machst du da? Halt dich fest. Halt dich fest. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, halt dich fest. Wow, 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 wow. Wow, das hier ist nicht so cool. Das hier ist nicht so cool. Ähm, können wir zum Schwert rüber wechseln? Ne, können wir nicht. Wow, halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Bitte halt dich fest. Bitte mach hier keine dummen Aktionen. Okay. Sehr schön. Wunderbar. So, dann würde ich gerne noch zu meinem Schwert rüber wechseln. Schön, dass wir das geschafft haben. So. Und so riesenlang, wo der... Ach du Gott, ist der lang. Muss ich erstmal die Schwachstelle suchen, wa? Wow, wow, wow. Halt dich fest. Oh mein Gott. Wo soll denn die Schwachstelle sein? Naja, ist egal. Das hier ist mir alles noch tausendmal lieber. Dann suche ich hier lieber. Wie blöd. Als wenn ich hier, ähm... Sonst irgendwas muss. Wie bei dem anderen Kolossus. Der hier ist mir recht angenehm. Der macht mir keine Probleme. Der bewegt sich nicht so wild. Ah, und ich habe die Schwachstelle schon gefunden. Na, sieh einer an. Ja, man darf ja auch mal Glück haben. Ne? So, dann würde ich mal sagen... Dann, äh... Hau mal zu. Zack. Sehr schön. Das ist aber jetzt nicht viel gewesen, was ich dem abgezogen habe. So, nochmal. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Gut. Wahrscheinlich immerhin... Oh, jetzt wird der... Ach Gott. Jetzt wird er wahrscheinlich erst richtig ätzend. Weil ich ihn verletzt habe. Ähm... Festhalten. Ich glaube, ich bin aber schon... Ne, da hinten ist noch was. Da hinten könnte vielleicht noch eine Schwachstelle sein. Das Problem ist nur... Ne, okay. Ne, bin schon ganz hinten. Ich muss dann nur noch mal nach vorne. Okay. Halt dich bloß fest. Ich sag's dir. Oh, oh. Das hier wird ätzend. Das hier wird ekelhaft. Huhu. Halt dich gut fest. Weil sonst... Machen wir den Abgang. Was macht der jetzt? Sag nicht, der verbudelt sich im Sand. Oh, nein. Oh, aber mein Pferd ist da um mir. Um mich zu unterstützen. Ja, immerhin. Du brauchst nicht zu rufen. Ich hab die falsche Tasse gedrückt. Kommt der jetzt auch noch mal raus? Och, ne. Das hier ist blöd. Und ich dachte noch, ja, alles voll gut. Und easy going. Wie naiv von mir. Konnte ich nur so denken. Ja, super. Und durch den Sandsturm sehe ich den auch nicht gleich. Der wird bestimmt gleich wieder hochkommen. Aber der regeneriert sich doch jetzt nicht, oder? Das wäre ja jetzt noch ein Ding. Wenn der sich jetzt noch regenerieren würde. Das würde ich jetzt nicht so toll finden. Ich meine, mir ist schon klar, dass das nach einer Zeit immer schwieriger wird. Aber ich gehe jetzt noch mal zurück. An die Stelle, als das Ganze hier angefangen hat. Ähm, das war hier unten. Da müssen wir hin, Agro. Und dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Da ist er. Da ist er doch. Okay. Agro. Komm schon. Ich soll nochmal wechseln. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal den von unten abschießen. Ah gut, Agro hat seine Pause. Der muss sich erstmal erholen. Komm schon. Agro, wo bleibst du denn nur? Agro hat keinen Bock. Ja, komm. Rote Augen. Er hat rote Augen. Jawohl. Komm schon. Waddam, da habe ich dir neben geschossen. Wo ist denn hier mein Pferd? Ah, hier. Na Gott sei Dank, hat ja auch ewig lang gedauert hier mit dir. So, und eben ab hinterher. So, und dann fangen wir das Ganze nochmal von vorne an. Na. Komm. Und hier nochmal. Ja. Okay. Das hier hat ihm nicht so gefallen. So, und jetzt die hintere Reihe, ne? So, komm. Ach, hat der sich dann da mit Sand gefüllt, oder was? Aber warum sollte der das tun? Ach, nein. Oh, nee. Ich hasse das hier. Ich kann doch nicht hier alles machen. Ob das mein Pferd das dann nicht automatisch erledigen kann? Na, komm. Ach, du mein. Komm, Agro. Gib mal ein bisschen Gummi hier. Wisst ihr? Die sehen gar nicht so schnell aus. Aber die sind's halt. Die Kolosse, ne? Ah, ich glaub, ich hab's. Moment. Hab ich's? Nee, ich hab's nicht. Jetzt. Okay. Diesmal hat er aber keine Lebenspunkte verloren. So, und jetzt die Flügel. Müssen wir jetzt nochmal hochklettern hier. Oh, komm, Agro. Ähm. Wenn der nicht so schnell wär. Und mein Pferd nicht so besoffen wär. Denn so kommt's mir vor. So wie der hier läuft. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Oh, und? Nein. Nein, 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 nein. Mach mal ein bisschen langsamer hier. Jetzt läuft ja... Oh Mann, ey. Wie ich das hier hasse. Ja. Ja. Oh, leck mich doch echt jetzt. Oh, okay. Nein, das war nichts. Och, ich hatte diesen Pferd, verdammt. Legt mich das auf. Der kann einfach nix. Komm, vielleicht muss man dich erstmal kaputt treten, damit du dich bewegst. Meine Fresse. Oh Mann, warum bewegst du dich denn auch so schnell? Endlich. Meine Güte. Hoffentlich war das das letzte Mal. Komm, hoch. Jawohl. Festhalten, hoch. Was macht der hier schon wieder für komische Sachen? Nein, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Oh Gott. Ich krieg hier noch Aggressionen hier mit dir. Nein. Nein, 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 nein. Halt dich fest. Ich schwör's dir, halt dich fest. So, und hier rüber zum Schwert wechseln. Ach, und ich bin an der richtigen Stelle. Perfekt. So. Direkt hier rüber. Bam. So, direkt nochmal. Schwert hoch. Zack. Nochmal. Schwert. Oh nein. Okay. Muss ich... Oh oh. Ja, jetzt muss ich... Gute Frage, wohin ich muss. Nimm zum Kopf. Wenn er jetzt nicht nochmal in den Sand will. Er wird aber nochmal in den Sand wollen, könnte ich mir vorstellen. Gehen wir jetzt wieder... Gehen wir jetzt wieder runter? Oh bitte nicht. Ich möchte das nicht noch einmal machen. Ja, aber sieht stark nach einem... Stürzflug aus. Ja, alles klar. Und jetzt kann ich dann wieder suchen gehen. Wow. Oh, mein Pferd hat's erwischt. Ja. Dann siehst du jetzt auch mal, wie das ist. Es kommt davon, wenn man zu langsam ist. So. Obwohl mir das eigentlich voll leid tut. Du bist ein Tier. Und ich liebe Tiere. Auch wenn ein Pferd jetzt nicht unbedingt so mein Lieblings... Ja, so mein Favorit ist. Okay. Ich warte jetzt einfach mal ab. Wir werden ja gleich nochmal hochkommen. So, erstmal zum Pfeil und Bogen rüber wechseln. Das ist dann nämlich das nächste, was wir brauchen. So, und dann reiten wir einfach mal eine komplette Runde hier. Ach, da kommt er doch schon hoch. Oder? Nee, kommt er nicht. Ich dachte... So, aber von wo kommt er denn? Wirklich nicht von hier? Ach, da ist er schon. Okay. Ich bekomme das nie mit. Der ist dann auf einmal einfach da. Gut. Dann machen wir mal weiter. Oh, Mann. Ja, du reitest hier wieder so. Scheiße. Muss man einfach sagen, wie es ist. So, bleib mal hier vorne. Ich hab ihn. So, die vordere Reihe hätten wir schon mal. Ja, perfekt. Sehr schön. Ja, perfekt. Nur noch die hintere. Reihe, wenn man uns lässt. So, perfekt. Verdammt. Verdammt, das hier war wirklich richtig daneben. Na, komm. Komm schon. Komm schon. Aber hier ist es nicht noch in der Nachricht. Wir sind nicht allein. Hier kommt es aber schon so vor, als wäre ich allein. So, okay. Dann rüber zum Schwert wechseln. Okay. So. Und zu den Flügeln rüber. Wartet. Ich glaub, es wär besser, wenn wir ihm entgegenkommen. Ach, der kam uns gar nicht entgegen. Ah, super. Hab ich aber so interpretiert. Ich dachte, so würde das ablaufen, dass du uns entgegenkommst. Aber schade. So. Schön dranbleiben hier. Okay. Halt dich fest. Halt dich. Oh, das war knapp. Das war sowas von knapp. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, aber ich muss. Oh, Mann. Ich wusste, dass ich es nicht schaffe. Ich wusste es. Verdammt. Wo ist mein blödes Pferd schon wieder? Ne, jetzt sag mir nicht. Ich hab mir das versämmelt. Und muss jetzt nochmal von vorne anfangen. Willst du mich verarschen? Ey, das ist nicht dein scheiß Ernst jetzt. Oh, nein. Wie ärgerlich ist das denn jetzt bitte? Ach, das hier ist doch scheiße. Ach, nö. Na, komm schon. Oh, das hier ist aber echt... Ach so, Felsen und so, ja. Ah ja, okay, das hätten wir. Sehr schön. Wunderbar. Ähm, hinten seh ich nix. Ich seh gar nichts. Jetzt. Diese Kamera ist eine Katastrophe. Echt. So. Dankeschön. So, und jetzt nach vorne. Komm schon, Pferd. So, direkt zum Schwert rüber wechseln. So. Dieses Mal lasse ich nicht los. Los. Lauf. Nein. Nein. Was soll das denn? Hey. Hey, 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 hey. Komm doch mal runter hier. Ich wollte schon sagen. Oh, nein. Verdammt. 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 Ey, spring doch drauf, du Depp. Oh, ich bin kurz davor, meinen Controller durchzubrechen. Komm hier. Los. Ich will hier drauf jetzt. Meine Güte. Komm, bleib dran, bleib dran. Jetzt. Nein. Das war passperfekt. Was macht mein blödes Pferd da? Ich stehe hier. Du Depp. Oh, dass man von dem abhängig sein muss. Das nervt mich so dermaßen. Oh, wirklich. Nee, mhm, mhm. In anderen Spielen, da ist man auch nicht. Da kann man dann sein Pferd nehmen oder was auch immer. Man muss es aber nicht zwingend. Und hier bleibt ja einem fast keine andere Wahl. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Mann. Oh, mein Gott. Komm schon. Bleib dran. Jetzt, jetzt, jetzt. Und drauf springen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich möchte das nie wieder machen. Dann bleib einfach, halte ich einfach fest. Mach nichts Dummes. So. Genau. So. Oh. Nicht so toll, nicht so toll, nicht so toll. Oh, nein. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Doch, ich trau mich. Gott sei Dank. So. Wo ist die andere Schwachstelle? Die ist hier nicht. Ich seh die nicht. Wo könnte die denn sein? In der Mitte? Bin ich da nicht gewesen? Scheinbar nicht. Ich muss eine Stelle übersehen haben. Bin ich... Halt dich bloß fest. Ich werde ja. Halt dich fest. Hier? Ja, okay. Alles klar. Dann hatte ich die Mitte nicht. Bam. So. Schwert hoch. Schwert hoch. Schnell. Gott sei Dank. Uh. Gott sei Dank. Mach's gut. Zeichen im Sturm. Wunderbar. Das einzigste Ätzende hier dran war, vorne an die Flügel ranzukommen. Das ist das, was ich hier ätzend fand. Aber so obendrauf konnte man sich eigentlich gut bewegen. Dazu, da kann ich mich nicht beschweren. Ich hätte mich natürlich beschwert, wenn ich runtergefallen wäre. Ganz klar. Okay. Uh. Sehr schön. Zack. Bin ich noch im Sprung noch geschafft. Uh. Sehr schön. Zwei Kolosse in einer Folge. Das ist doch ein Traum. Auch wenn ich mich hier und da wieder aufregen musste. Besonders über Agro. Ach, ne. Ganz schlimm. Ganz schlimm finde ich das. Und der nächste zerbricht in tausend kleine Teile. Bam. Das war jetzt Nummer 13, ne? Dann suchen wir jetzt noch 14. Das machen wir. Aber. Erst in der nächsten Folge. Wie sieht's hier aus? Abgeriegelte Stadt. Okay. Bin ich ja mal gespannt. So, bleib mal stehen. Möchte hier noch einmal kurz wechseln. Aber die hauen ab. Sobald ich... Ja. Schade. Echt schade. Ich würde mal gern... Hm. Next time. Okay. Sehr schön. Dann schaue ich mir mal hier die ganzen... An hier. Alle kaputt. Das ist doch schön. Kaputt. Kaputt. Ebenfalls kaputt. Okay. Ja. Sehr interessant. Aber okay. Jetzt war's auf dieser Seite. Hallo. Auch riesengroß. Hä? Haben wir nur noch zwei? Nee, oder? Ah, nee. Hier ist noch einer. Okay. Also haben wir noch drei. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Interesting. Dann bin ich mal gespannt auf den nächsten Kolossus. Und hoffentlich bereitet er mir nicht so viele Probleme. Gut. Dann werde ich an dieser Stelle die Folge beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.